Die niederbayerische Gemeinde Auerbach beweist durch ihre Büchereiarbeit eines besonders eindrucksvoll. Wenn man gemeinsam anpackt, dann entsteht Zusammenhalt. Und ein Team, das die eigene Freude auch an andere weitergeben kann. Uns ist wichtig da in Auerbach, dass es eine Gemeinschaft gibt, in der Bücherei erinnert auch, dass wir sie zum Ausdruck bringen. Dazu habe ich ein total tolles Team, ganz viele junge Leute, die mich unterstützen. Und wir machen auch viele Aktionen, dass immer wieder was geht. Und es macht uns alle total viel Spaß. Es ist für uns alle ein Hobby. Wir sind selber schon so eine Gemeinschaft und wollen das auch weitergeben an die Kinder und Jugendlichen in Auerbach. Umgesetzt wird dies unter anderem durch vielfältige Aktionen, oft auch mit einem naturbezogenen Touch. Das Interesse und den Wissensdurst der Kinder spürt man dabei deutlich. Auch wenn es vielleicht auf manch einen eher entspannend wirkt. Nach all dem vermittelten Bücherei-Wissen geht es an diesem Tag dann daran, die eigenen Sinne zu schärfen. Schleichend, tastend und fühlend. Nach so viel Aktion darf dann natürlich auch der Geschmackssinn nicht vernachlässigt werden. Frisch geerntete Kräuter leisten da ganze Arbeit. All diese Erlebnisse und Aktionen sollen den Kindern vermitteln, dass die Bücherei ein Ort voller Freude ist und sie zum Lesen bringen. Und dieser Ansatz geht auch in Auerbach ganz klar auf.